Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Star Wars Jedi Survivor. Wir haben ja diesen tollen Sandsturm überstanden und jetzt geht unsere Reise weiter. Mal schauen, was uns da erwarten wird. Oh, Kiste. Gib, 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 gib. Eher damit. Stim Upgrade. Was haben wir denn hier? Nice. Cool. Das. Ähm. Okay. Ja, das hat nicht funktioniert. Nichts ist für Grease wichtiger als die Familie. Okay. Hätten wir das auch geschafft. Ansonsten sind dahinten wo ich keine Secret... Ne, das ist ein einziges Schlauchding hier. Also wie hier hat's wie... Womit mal, was ist da unten? Soll ich mal absichtlich nach da unten gehen? Äh, da ist nix. Okay, das ist nur das Recovery. Falls man den Part hier verkackt. Okay. Und wir müssen da rüber. Okay, rauf mit dir. Ah, was verkackt. Müssen wir hier Angst haben von diesem Wüstenwurm da? Ne, ne? Ah, Abkürzungs-Action hier oben. Hallo, mein Freund. Es ist wirklich schön, dich wiederzusehen. Meister Cordova. Welch eine Ehre. Ich... Nie gehofft, euch kennenlernen zu dürfen. Die Ehre ist mein Kerl. Sier hat mir alles erzählt. Im Angesicht eines übermächtigen Gegners hast du Tapferkeit und außerordentliche Weisheit bewiesen. Du hast gut gewählt. Nun, so weit würde ich nicht gehen. Das Imperium hält die Ruinen. Ihr müsst einen anderen Treffpunkt finden. Unerfreulich. Wenigstens verwischte der Sturm eure Spuren. Kommt, ich werde euch hineinbegleiten. Okay. Cool. Das ist jetzt irgendwie schneller als erwartet. Habt ihr die Seifau gefunden? Nur verblasste Spuren ihres Weges, die tief in die unbekannten Regionen führen. Tut mir leid, das zu hören. Nicht zu ändern. Letztlich inspirierte mich dieser Fehlschlag, andere überlebende Jedi zu suchen. Diese Suche führte mich zurück zu meinem alten Schüler. Wir dürfen Sier nicht warten lassen. Alles klar. Geht's jetzt hier noch weiter? Oder, ähm... Ja, ähm... Jetzt steht hier alles rum. Ähm... Oh. Okay. Das klingt nicht gut. Ein paar Schramm. Aber ich atme noch. Und ich freue mich darüber. Was? Ich habe vor nicht allzu langer Zeit Neuigkeiten über einen Jedi-Terroristen auf Coruscant gehört. Du warst da auf Coruscant? Äh, was erzählen sie hier? Oh, Mann. Okay, das ist wieder so unsere Superbasis hier. Ach da was. Also in der Basis werden wir uns auf jeden Fall nochmal umsehen. Natürlich ist es entscheidend, dass unsere Arbeit unbemerkt bleibt. Ja, macht Sinn. Welche Arbeit genau? Du fragst Sier besser selbst. Bis dahin begrüßen Meryn und ich die Neuankömmlinge. Und? Wie war die Wüste? Kalt, stürmisch und zu viele Imperiale. Nicht mein Lieblingswetter. Aber leider wird es mit jedem Tag häufiger. Wo habt ihr den Sturm überstanden? In einer Höhle hinter dem alten Markt. Unser Spamil-Freund hat uns den Weg gezeigt. Du schließt neue Freundschaften, wo immer du hingehst. Vielleicht ein Überlebensinstinkt. Ich habe imperialen Funk abgefangen. Dein Ruf wächst stetig. Lag Angst in ihren Stimmen? Durchaus. Ja. Gut. Wie fühlt ihr euch? Besser. Der Tee, den du mir gebracht hast, war wundervoll. Okay. Warum ist da hinten eine Sturmtrupplerrüstung? Ist das irgendwie Trainingcenter hier? Oder? Okay. Ruiz muss in der Küche sein. Wir treffen ihn später. Hä? Oh, Entschuldigung. Oh, Moment. Wow. Machinierst ein bisschen. Ähm. Auf was genau warten wir jetzt? Meister Cordova und ich warten auf Grease. Sprich mit Seer. Äh. Okay. Machen wir mal einen Aufzug. Da geht es auch nicht weiter. Dann gehen wir mal hier rein. Oder? Schon richtig hier. Äh. Hallo? Nö, das scheint es mal nicht zu sein. Also ihr hättet mir ruhig sagen können, wo ich hingehen soll. Dann geh ich mal hier rauf. Was ist das hier? Ich kann den Lift noch nicht benutzen. Äh. Äh. Wohin denn dann? Warte mal. Hier? Ne. Muss der da rein sein. Was übersehe ich hier? Oh, das ist vielleicht eher ziehen. Wo ist sie denn? Kann ich hier nichts machen. Hm. Merkwürdig. Mal ganz kurz auf die Karte schauen. Doch, das ist da rein. Hä? Ja, aber warum... geht denn die Tür nicht auf? Was? Was muss ich hier machen? Oh, wow. Wie dumm. Wieso? Wieso? Versuch's weiter. Wir versuchen's. Solange dieses Wissen existiert, wird das Vermächtnis der Jedi überleben. Es ist unglaublich. Aber etwas sagt mir, dass es hier nicht nur um Holobücher geht. Ja. Wir sind Teil eines Netzwerks. Es heißt der Versteckte Pfad. Wir bieten den vom Imperium Verfolgten sicheres Geleit und eine neue Identität zu ihrem Schutz. Vom Imperium Verfolgten wie... wie überlebende Jedi? Nur wenige von uns sind übrig. Aber ja. Außerdem Machtbegabte und ihre Helfer. Wieso weiß ich davon nichts? Du hast nie gefragt. Außerdem sagt man, du willst nach ganz oben auf die Fahndungsliste des Imperiums kommen. Ich wollte der Galaxis beweisen, dass das Imperium nicht unverwundbar ist. Dass du dich wehren kannst. Dass du kämpfen musst, damit es besser wird. Aber dann hören sie auf die Propaganda und glauben trotzdem, freu zu sein. Tja. Du hast einen schweren Weg gewählt. Ja, und ich hab dennoch nichts erreicht. Nun. Während das Imperium hinter dir her war, konnten wir dieses Netzwerk aufbauen. Verbünde zu finden und Leben retten. Als ihr gegangen seid, ich dachte, ihr galt auf. Ich lag falsch. Kerl, du warst noch ein Kind, als sie dich in den Krieg geschickt haben. Es gab mal eine Zeit, ich erinnere mich gut, in der die Jedi mehr waren als nur Waffen. Aber wir haben beide unsere Aufgaben in diesem Konflikt. Deswegen bin ich hier. Sia. Ja, ist denn das zu fassen? Hey, Sia! Es mangelt diesem Ort hier wirklich nicht an Charakter, aber auch ein wenig unheimlich hier. Es ist schön, sie zu sehen, Grease. Hallo, hallo, BD. Okay, okay, okay. Und? Wie war es in der Wüste? Der Sturm hat unsere Spuren verwischt, aber das Imperium hat einen Eurospieder zerstört. Das ist ein geringer Preis für eine sichere Ankunft. Und wer ist das? Das ist Bauder Kona. Er ist ein Freund. Schön, euch endlich kennenzulernen. Oh, Achtung! Großer Typ, großer Ärger! Hey! Endlich wieder vereint! Ja. Schön. Was führt euch nach Jedan? Wir suchen einen verschollenen Planeten. Tannalor, sagt euch das was? Er liegt auf der anderen Seite eines tödlichen Nebels namens Kobo Abyss. Unser Archiv ist längst nicht vollständig, aber Meister Cordova wird sich der Sache annehmen. Mit Vergnügen. Das Problem ist, dass wir nicht die einzigen sind, die diesen Ort suchen. Ich wusste, dass es zu einfach klang. Sein Name lautet Dagan Gara. Er war ein Jedi. Jetzt führt der Plünderer im Outer Rim an. Es gibt einen alten Tempel dort. Dagan will ihn zurückerobern. Ein Jedi-Tempel außerhalb der Reichweite des Imperiums könnte bedeuten, dass es dort Informationen gibt, die wir nicht im Archiv haben. Ich glaube, ich habe da was. Oh, zu freundlich, BD. Zuerst die schlechten Nachrichten. Oh Mann, der kennt sein Publikum. Ich habe keine Informationen über das Durchqueren des Kobo Abyss gefunden. Aber ich bin auf zwei Vermerke zu diesem Dagan Gara gestoßen. Er hatte eine Zuflucht auf Kobo. Und die Aufzeichnungen zeigen, dass er regelmäßig ein Labor auf dessen Mond besuchte. Okay, das überprüfen wir. Wenn er etwas findet, bringt es mir. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Danke. Euch beiden. Gern geschehen, Cal. Hoffentlich findest du, wonach du suchst. Möge die Macht mit euch sein. Und mit dir. Ja, soll heißen, wir fliegen jetzt gerade wieder weg, nachdem wir gerade angekommen sind. Zerstörte Mond, Nachforschung, Intennerla. Kobo, Nachforschung. Ich begleite dich zurück zur Mentes. Du kommst also nicht mit uns? Ich kann nicht. Wir können mit den Leuten eigentlich hier noch quatschen. Das würde ich gerne mal tun. Aber ich fand die Erfahrung recht faszinierend. Vielleicht geht dir das auch so. Wir werden es uns ansehen. Okay. Nebenbision. Kriege ich bei dir auch eine? Cordova sagt, er hat euch gefunden, als er andere Jedi-Überlebende suchte. Ja. Kaum zu glauben, dass uns das Schicksal nach so langer Zeit wieder zusammengeführt hat. Wir hatten dieses Glück brauchen können, als wir das Holocron gesucht haben. Ich weiß. Glück oder Schicksal. Ich freue mich, dass mein Meister lebt und bei uns ist. Ja. Und wild entschlossen, das Vermächtnis der Jedi zu bewahren und sich dem Imperium zu widersetzen. Okay. Was habt ihr noch zu sagen? Zum Glück musstest du nicht durch den Sturm fliegen. Wie fühlt es sich an, wieder die Mantis zu steuern? Als würde ich nach Hause kommen. Warum dann das lange Gesicht? Ich war zu lange weg. Ich spüre meine Piloteninstinkte kaum noch. Ich weiß, wie hart es ist, Dinge wieder zu lernen, die man beiseite gelegt hat. Das ist es wohl, was. Trotzdem bereue ich es, dass ich die Mantis je hinter mir gelassen habe. Ich denke ständig, ich mache gleich einen Fehler. Du bist gegangen, als du musstest. Das kommt ganz schnell wieder alles zurück. Okay, okay. Du bist ein guter Freund, Kerl. Zöder, dann haben wir nur noch einen und dann einmal umsehen hier. Also, wohin gehen wir zuerst? Zurück nach Kobo oder auf seinen Mond? Äh, Mondlabor. Fangen wir mit dem Labor auf dem Mond an. Alles klar. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns durch den Abyss bringt. Gut. Ja, dann. Mal Karte kurz angucken. Hier hat es noch drei Räume. Einer da hinten. Nee, bist du auf? Und da. Ich nehme an, ihr habt beide Eussens Lämmer studiert? Ja, Schwester. Okay. Tatsch, Schwester. Dann könnt ihr mir vielleicht das Paradox im fünften Buch erklären? Eussens erforscht die Antinomie der Erleuchtung. Das ist ein Paradoxon über die Unvermeidbarkeit von Zyklen. Ich höre. Erleuchtung wird als Zyklusbrechen definiert. Aber laut Kanon muss man den Zyklus durchleiden, um erleuchtet zu werden. Je mehr wir den Zyklus durchbrechen wollen, desto mehr verkörpern wir ihn. Denn indem wir ihn akzeptieren, werden wir erleuchtet. Und durchbrechen sucht den Zyklus. Okay, ja. Lasst euch mal nicht ablenken von mir, dass ich hier so Sachen angucke hier. Okay, wir sind oben. Cool, Schriftrolle. Nicht darüber. Yes. Geste. Dieses Terminal wird warten müssen. Warum kann ich die nicht aufmachen? Na, komm, formalisieren was später. So, und unten hat es auch noch was. Sieht ihr was Spannendes? Nö. Ah, und da ist die andere Tür. Sieht aber geil aus mit dem Archiv. Würde ich schon sagen. Meister Cordova hatte meine Übersetzung einer späteren Version der Allokution gebeten. Welche Form? Der Cantus Planus, Bruder. Seltsam. Also schön. Verpasst ihm die neueste Reduktion. Ich, ich habe nicht das Recht zu fragen, Bruder. Aber ich muss... Ähm. Noch mal Schriftrolle? Nice. Shit, wem sollten wir diese Schriftrollen eigentlich nochmal bringen? Gepanzerte Invasoren trieben die Ahnen nicht in den Untergrund. Hier geht's nicht... Okay, nee. Alles klar. Ähm, dann... In den großen Raum da hinten. Bitte einmal auf Express. Express. Moin. Was haben wir hier? Vielleicht Quartiere oder sowas. Oh. Okay. Ein neuer Laden. Okay, da kriege ich... Stuff für mein Lichtschwert. Ansonsten noch was Interessants. Farben. Hm. Also ich bin jetzt eigentlich nicht so in... Polifikationen, aber kaufen wir mal. Okay. Ansonsten noch Goodies. Ähm. Bergbank. Das war's. Schauen wir doch mal... Oh, mal BD mal ein bisschen... Also warte mal, das ist die Werk... Oder BD1. Was gibt's jetzt Cooles für dich? Moment. Äh... Komm. Hm. Schwarz ist eigentlich auch nicht schlecht. So, Komponenten. Halt. Nee. Wir bleiben bei dem da. Im Kopf an sich. Nee. Hm. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Nee. Okay. Bei dem. Audiosensoren. Nee. Bleiben wir bei dem. Körper. Was haben wir hier? Bleiben wir bei dem. Und Goodies. Zudere. Aufzug. Hier unten noch irgendwas, was ich übersehen habe. Äh... Das ist eine Tür. Ist die Tür gemeint? Nee. Dann nach oben. Das... Ging jetzt gerade ein bisschen weiter nach oben, als ich eigentlich wollte. Kann ich nochmal nach unten, bitte? Da bin ich rauf. Okay. Aha. Da hinten. Wir haben es gefunden. Du bist die Reisende. Hast du irgendein System gefunden, wo der lange Arm des Imperiums nicht zu spüren ist? In keinem, das ich besucht habe. In dieser Wüste verstreut, befinden sich unzählige Ruinen. Eine von ihnen könnte ein perfekter Unterschlupf... Wieso hast du jetzt einfach aufgehört? Hast du ruhig weiterreden können? So, was aber hier schön ist. Äh, fangen wir unten an. Okay. Was? Aha. Der Sandsturm spielt uns in die Karten. Vermutlich alle Spuren verwischt. Cool. Okay, keine Gutes hier unten. Ah, Moment. Geht's da weiter weg? Nee, das scheint Dead End zu sein. Uh, Speeder. Ich bin aber nie eins gefahren. Ich hätte gerne eins. Können wir eins ausleihen? BD1 Solar. Okay. Nice. Was hat er denn? Ach so. Er ist da hinten am Basteln. Okay. Dö. Nein, sei da nach oben. Wahnsinn. Warum? Hatte ich da überhaupt jemals raus? Ja. Es wäre ein Exit. Also zu einem anderen Raum, wo du halt rausziehen. Ah. Ah, ich see. Oh. Oh. Hä? Da darf ich raus, aber auf der anderen Seite nicht. Was mache ich denn damit? Jetzt ist das hier wieder zu. Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Sehr schräger Mechanismus, aber okay. Und raus hier. Ja, dann hätten wir es mal geschafft. Holischi, das ist das große. Oh. Ich verstehe das mal an. Oh. Okay. Also ist das jetzt hier nur ein Ausguck, oder? Ich komme ja gar nicht runter, oder? Also, ich gehe ja drauf. Also ich probiere es mal aus. Ja, okay. Instant dead. Äh? Okay. Warte, was sagst du? Ja, das ist hier nur ein Ausguck. Also, wie es aussieht, komme ich hier nirgendwo raus. Fürs Erste. Ich meine, hier haben wir erst so weiter alles entdeckt gehabt. Ich gehe mal davon aus, dass dieser zweite Ausgang irgendwie später erstmal aufgeht. Ja, dann gehen wir halt mal auf diesen Mond. Gut. Haben wir es gesehen. Ab auf den Mond. Kurzer Besuch hier. Moment, Moment, Moment. Express Run. Soll ich wieder schnell speichern? Ja. Zödele. Okay, kann weitergehen. Wieso bremst du hier immer ab? Achso, ja, stimmt ja. Sie wollten mich ja begleiten. Muss ich jetzt? Ja, okay. Bye. Bye. Hey, Kerl. Warte. Den hier hab ich schon, seit ich selbstständig bin. Er hat mir aus üblen Situationen geholfen und vielleicht schafft er das auch für dich. Du bist Meryn, richtig? Ich kann dir auch einen besorgen, wenn du willst. Also wenn du... Nicht nötig, Boat. Verstehe. Du hast alles klar. Blaster hat mein Meister stets missbilligt. Hast du nicht gesagt, dass einen nicht die Waffe zum Jedi macht? Wir allein gegen die Galaxis, Kerl. Gegen das Imperium müssen wir einfach jeden Vorteil nutzen. Danke, Boat. Also dann, zeig uns, was du drauf hast. Ich weiß ja nicht. Geht dir ein Blaster? Okay, Blaster-Kampfstil erhauten. Karl kann in seinem Kampf mit Blaster-Kampfstil einsetzen. Der Blaster-Kampfstil gewährt Fernangriff und verbess... Besser bei Blaster-Bolzen. Also es ist schon in Kombi. Echter Sturm-Truppler steht nicht still. Irgendwo muss man anfangen. Y, um deine Besuche abzufeuern, wenn der Blaster-Kampfstil ausgewählt ist. Okay. Und Schuss aufladen. Ich denke, jetzt kannst du's, Kerl. Oh. Ja, lass mal. Ähm, okay. Einschert, zwei Schwert. Äh? Und wie kann ich jetzt... Moment einmal. Ne, das war nicht das, was ich wollte. Äh, anpassen. Ne, Fiekert, Namung, praktischer Leitfaden. Wo war denn das mit dem Kampfstil? Ach, was soll's. Hier oben hat sie auch noch etwas, was ich nicht entdeckt habe. Mit dem Aufzug hier. Hier geht's nicht weiter. Ah, ich kann ihn immer noch nutzen. Ja gut, dann. Abmarsch. Das ist eine kluge Operation, die sich Seer ausgedacht hat. Warum sagst du das? So viel Fels, eine natürliche Abschirmung gegen Sensoren. Und sollte jemand daran vorbeikommen, haben die Anakoreten jede Menge Holobücher als Wurfgeschosse. Jetzt weißt du, wie Seer dem Imperium so lange entkommen konnte. Sie sorgt selbst für ihr Glück. Sie hält einen großen Teil ihrer Macht zurück, um ein größeres Ziel zu erreichen. Ja, in ihr Schlummer definitiv mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Das habt ihr gemeinsam. Jo, gut. Ähm. Hier, Lauf. Wohin jetzt? Ja, zu dem Mond hier. Der störter Mond. Hier hinreißen. Bitte, danke. Kurs auf dem Mond von Kobo. Wie bist du so schnell hier reinkommen? Vielleicht sind diese Anakoreten doch nicht so übel. Hast du sie nicht Spinner genannt? Das war, bevor Seer mir gesagt hat, dass sie Flüchtlinge vor dem Imperium verstecken. Wirklich? Ja, zusammen mit einer Gruppe namens Versteckter Pfad. Streng geheim. Muss also in der Familie bleiben. Verstanden. Anscheinend hast du eine gute Crew. Äh, Hattest. Du weißt, was ich meine. Wirklich? Cordova denkt, wir finden raus, wie wir durch den Abyss kommen, indem wir Dagens alte Schlupfwinkel finden? Das stimmt. Weißt du irgendwas über dieses Labor auf dem Mond-Grease? Bin ich etwa ein Fremdenführer? Ich bin ein vielbeschäftigter Latero. Keine Zeit für kaputte Monde. Erst Jedha und jetzt das. Monde bringen nichts als Ärger. Jedha ist ein Mond. Ich hatte keine Ahnung. Ja gut, werden wir da... Bist du bereit, Kerl? Wir sind fast da. Ja, bevor wir das machen, würde ich eigentlich gerne das mit dem Kampfsteam nochmal anschauen. Lässt du mich da nach hinten gehen? Was ist denn hier? Also meditieren. Kann ich das hier machen? Ein paar Modifikationen können nicht schaden. Blaster können jetzt angepasst werden. Ja, okay. Okay. So. Hallo? Compteile. Dankeschön. Äh, Compteile wechseln. Ich würde da gerne auf Blaster. Das macht mir am meisten Wumms. Verteidigung wäre das wieder gut. Stärke ist aber schwächer. Das wäre ausgeglichen. Okay. Ja, das einmal so. Und da hätte ich gerne... Jetzt bin ich... Mehr Stärke, mehr Geschwindigkeit, mehr Reichweite, Verteidigung plus. Mehr Stärke, aber billiger. Lass uns mal eine Doppelklinge machen. Gut. Ab zur Landung. Zulele, bin noch. Entschuldigung. Alles gut? Ja, ja. Nur ein wenig eingerostet. Du? Tja, ein wenig unruhig, aber... Wir schaffen das. Was du nicht sagst. Wir haben einen Optimisten. Hey, tu mir den Gefallen und lass es einfach. Ich bekomme wieder Bauchschmerzen. Vielleicht ist dein Essen schuld. Was war das? Wir sind fast da. Das heißt, der Mond soll verflucht sein. Okay. Dann wären wir da. Der Mond hat da ziemlich geil ausgeschaut, als wir da ungeflogen sind. Oh, und... Da kommt da eine Strahl an, die wir weggeschickt haben. Und jetzt auch wieder das komische, was auch immer das ist. Das ist eine riesengroße Basis. Hier ist keiner. Und außerdem... Wieso können wir hier atmen, oder sind wir hier irgendwie in einer... Ach, ich soll jetzt so viele Fragen stellen. Hätten Sie dieses Labor nicht an einem sonnigeren Ort bauen können? Was du nicht sagst. Aber falls wir hier was finden, was uns bei der Navigation durch den Kobo-Abyss hilft, umso besser. Laut Grease ist der Abyss ein Schiffsfriedhof. Und wir sind jetzt auf einem Mondfriedhof. Ganz schön viele Friedhöfe. Ganz schön viele Friedhöfe. Trotzdem, wie können wir hier... Das macht keinen Sinn. Gut, hat es hier... Wer bist du? Diese Station ist geschlossen. Sie sind hier. Wer? Wir wurden angegriffen. Evakuierungsprotokolle laufen. Wer ist hier? Also das... Okay, da unten ist schon ein Meditationspunkt. Aber so groß wie das ist, da haben ja ein paar tausend Leute Platz hier drin. Ja gut, ähm... Irgendwo da rechts. Das Ganze ist aber... Oh fuck, das ist ja... Das ist groß hier. Cordova sagt, es gibt Aufzeichnungen eines Besuchs von Deggern in einem Labor auf diesem Mond. Das sieht nach Kreese Handwerk aus. Oh, wir fangen gerade direkt in den Keller oder wie? Äh... Ein Echo. Glauben Sie wirklich, dass hinter dem Abyss etwas ist? Santari Kree ist der Meinung. Ich nehme an, das reicht im Rat. Was? Okay, also nicht in diese Richtung. War ja klar. Irgendwas. Ja, wird schon passen. Ich habe nicht gedacht, dass dieser Ort nach so langer Zeit funktionsfähig ist. Bleiben wir wach, Sir. Wir müssen dieses Labor finden. Vor allem, dass man das nicht weiter nutzt. So viel Geld verschwendet. So eine Riesenanlage. Oh. Hm, ja, das war nicht so gut. Mit der einmal speichern. So. Haben wir hier noch irgendwas... Ne, da hat es eine Tür, die verschlossen ist. Also gehen wir da rein. Einen Moment. So, wunderbar. Der nächste. Ja, was denn? Ist jetzt schon ein bisschen arm, ne? Bis da ein bisschen an die Endlichkeit arbeiten. Und keiner sagt euch, dass ihr eigentlich aufhören könnt. Achso, da bin ich gerade hergekommen. Was haben wir hier hinten? Ah. Wie das ist hier? Und direkt beim Arbeitsplatz geschlafen? Okay. Und was haben wir hier? Ja, schon. Also da nach drüben geht's weiter. Jetzt irgendwie hier Rohrhe da. Was haben wir hier? Ja, da bist du ja. Ja, da was bist du. Schöner Treffer. Nicht mit mir. Deine Zeit ist abgelaufen. Abgewehrt. Wir haben auf uns gewartet. Okay. Also mal schauen. Wir könnten... Wir müssen nach vorne weiter. So wie es aussieht. Hm. Was haben wir hier? Secret? Warum soll ich da nach unten? Ah, okay. Oh. Ja. Geil. Das war total unnötig, da hinten jetzt rüber zu gehen. Aber okay. Die Tür ist von einer Seite verschlossen. Okay. Alles klar. Gut. Wir gehen erstmal da vorne links weiter. Oh. Ja, 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 ja. Jetzt rück dich. Gehste. Komme ich von dem Teil nach da hinten? Ich brauche mein Stimpack hier nutzen. Nee. Ja, ja. Okay. Dann war das da hinten. Erstmal Sackgasse. Ja, okay. Wann schien gefährliches Labor hier. Hä? Boah. Alter. Alter. Wir gehen jetzt auf Blaster-Modus. Äh, ja. Ich auch. Ja gut, das sind ja nur die normalen Druiden. Geil. Man, müssen die ganz grünen jetzt hier sein. Wir wollen wirklich nicht, dass wir uns hier umsehen, was? Nö. Aber ich habe jetzt einen Blaster, der ist cool. Was ist, wenn ich denn leer schieße? Aber dann muss er sich erstmal auflauten, oder wie? Oh, okay. BD, was ist los? Okay. Moment, hat es noch was in den Raum? Nö. Links. Wie schauen wir hier aus? Da geht es nach links weiter. Vielleicht kriegen wir dann die verschlossene Tür auf. Moin. Oh, liegt was? Einmal mitnehmen. Oh, eine Datendisk. Ich würde sagen, da können wir rüberlaufen. Nein. Yes. Und? Ach, wieder sowas. Okay. Noch was übersehen. Nö. Und dann wären wir wieder hier. Okay. Zurücklaufen. So ein Save-Point. Das bist du denn, Kollege. Kollege. Stürze. Funktionalität eingebüßt. Okay. Hast du mal... Angriff erfolgreich. Leiste Energie um. Kapituliert. Nice. Oh, halt. Der Organische ist schwach. Gut. Ich bin okay. Ja. Das muss das nächste Mal besser gehen. Ach so, das... Ja, okay. Was ist passiert? Ach so. Wir haben das jetzt ausgemacht. So, mal schauen. Da haben wir einmal... Ja, okay. Das ist easy going. Sagt der auch. Und dann hat es verdammt verkackt. Nein, 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 nein. Okay. Und jetzt im richtigen Moment fallen lassen. Nein, 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 nein. Runter, 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 runter. Ja, nein. Oh, Gott sei Dank. Fast verkackt. Ah, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Okay. Genau. Abkürzung. Wobei, nein, das schaut nach Hauptweg aus. Was haben wir hier? Ähm, schneiden. Das hier ist eine Abkürzung. Und das da hinten scheint extra zu sein. Nein. Nein. Oh, fuck. Yes. Hä? Ich siege die Hode aus... Okay. Jetzt so, das ist es. Nein. Halah. Ich werde kommen denn dann noch. Oh, les. Okay, wie viele? Ich hätte im besten einen Promstil für das aussuchen sollen. Ja, vielleicht. Yes! Ja, so geht's besser. Ja! Wie geil! Ja, okay, gut. Uh-oh. Technik hier. Nice. Nein, 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 nein. Selbstmord-Oide. Oh, 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 oh. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Alla, nein. Jetzt, jetzt wird's knackig. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Fuck, 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 nur noch ein paar. Komm, 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 auch noch. Okay, wir haben's geschafft. Abgeschlossen. Ah. Boah, das war jetzt aber fies da zum Schluss. Aber geil. Okay. Ja, gut. Liebe Leute, wir sind... Was ist denn? Okay, dann ist es. Wir sind mal wieder an der Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Und dann werden wir die Station hier weiter erkunden. Und dann müssen wir ja wieder runter auf den ersten Planeten. Mal sehen. Spannend. Ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst es vielleicht damit nach oben da. Oder vielleicht sogar ein Apple. Und dann. Bis bald. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.